Für mehr Lebensqualität, Villa Gaza, Euer Vermarkter von Wohneigentum, mein Name ist Markus Gerber. Eine ruhige Wohnlage mit Sicht auf die Spiezenschloss, Dunnersee und Niederhorn. Euch ist ruhige Wohnlage wichtig, im Ort alles einkaufen können und wenn es muss sein, ohne Auto auszukommen. Dann ist das genau das richtige Objekt. Übrigens habt ihr gewusst, dass man in die Spiez direkt mit dem Zug nach Berlin fahren kann und das in 9 Stunden 13 Minuten. Dann haben wir Fragen zum Objekt, Ausbaupotential oder zur Lage. Wir stehen euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017